Wenn die Arbeit mehr ist, als nur Geld zu verdienen. Jascha Müller ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft. In St. Gallen ist er zuständig für 220 Milizfeuerwehrleute. Irina und Nadal Gasser wollen etwas Sinnvolles machen und eröffnen einen Secondhand-Laden, in dem man Kleider ausleihen kann. Und Rene Eberhard machte seine Hobbys zum Beruf. Er ist Goldschmied und Bassist und von beidem gleichermassen begeistert. Mehr als nur ein Job im Fenster zum Sonntag.